Ja. Bitte, Kommentare, Bruder. Ich hab... Ich hab gesagt, könnt ihr bitte was in den Kommentaren schreiben. Also, wie ihr seht... Okay, okay. Mann, keine Arena. Was mach ich da? So. Nicht auffüllen. So. Mit auffüllen oder ohne? Schreibt mal in die Kommentare, Leute. Warte. Ich hab gesagt, die sollen... Okay, die haben ohne. Okay, die haben ohne! Hey, hey, Leute. Kannst du nicht starten? Mein Fernseher geht in... Dings eine Minute aus. Okay? Und dann muss ich wieder von... Und dann muss ich wieder von vorne starten. Aber ich mach immer noch ein Livestream. Kannst du nicht abmachen? Ja. Kann ich dann schon... Ich hab's nicht abmachen. Und jetzt muss er mal starten, weil er... Kann nicht... Ja. Ich warte so lange, bis mein Fernseher zugeht, okay? Und verlass nicht. Ich komm da in deine Gruppe, okay? Leute, wie ihr seht, muss ich wieder von vorne starten. Leute, wie ihr seht... Ja. Muss ich wieder von vorne starten. Also, Leute, gebt bitte ein Like. Okay, Scherz. Sorry. Also, ich will 50.000 Likes sehen. Also, ich starte wieder... Ich starte wieder fort und dann sehen wir uns gleich wieder. Scherz. Scherz. Okay. Also, ein bisschen warten. Ihr seht da noch was. Leute, diese Kopfhörer können in dunkel leichten. Also, limitiert dieses T-Shirt, bitteschön. Will ich. Ist bald ausverkauft. Ja. Und viel Spaß mit dem Video. Okay. Sorry. Wartet mal ganz kurz, Leute. So, Leute, ich bin in Lobby wieder. Schleid den... Aua. Mein Fuß... Mein Fuß ist eingeschlafen, Leute. Aua. Leute, wenn ihr seht, dieser Skin hier ist... Einfach nur geil und witzig. Sorry, ich zie trage ich, ich bin... Ey, wasser... Leute, wir gehen mal in Krummkeile, ja? Irgendein Spiel trainieren und so. Und so. Also, Freunde. Bruder, muss los, Alter. Und tut mir leid, Leute. Ich war ein bisschen krank, deswegen konnte ich keine Eis mehr machen. Tut mir leid. Okay. Warum sag ich okay? Hashtag. Schaff ich das? Schaff ich das? Vielen Dank. Also Leute, wir haben wie immer Vulkane. Hä? Pumkang-Money, Sniper-Money, Pumkang-Vier-Stück. Wow. Pistole. Pistole. Freunde, wenn ihr wisst, ich bin ... Nittanus Witzspieler. Gut ist gut. Ja. Andere Seite. Hier ist einer, Leute. Er haut ab. Hashtag. Leute. Geil. Warum kann ich das nicht? Mitnehmen. Wieso? Nein. Hier ist auch gar nichts. Wisst ihr? Diese Vulkanbäume sind voll komisch, ne? Für mich sind sie komisch. Schreibt mir in die Kommentare, wie die so komisch sind. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr was seht oder nicht. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr was seht. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr was seht. Eine Rakete, äh, echt mit einer Kanone, sorry. Mann, Alter. Gibt es hier kein gutes Lut oder so? Wow, eine Diegel. Wow. Leute, wäckere Gegner. Wow. Mit einer Kanone, mit einer Kanone. Brr. Ich geh wieder zurück. Und Feuer. Das ist sogar noch höher und gefährlicher. Schaff ich das? Schaff ich das? Hangleiter. Gut. Wie viele Lutrops? Brr. Ein Team habt ihr einen Lutrop geöffnet? Gut. Die teilen mit mir gar nichts. Bruder, beruhig dich, Mann. Bruder. Bruder. IchESGar. Bruder. Ja Weißt du, Luth Lass mich hier durch Wo ist der Gegner? Schock Geh mit, deine Paul Kleiner Kleiner Paulperger Und von Paulperger Hey, ist kein Schwimmwort Wenn ihr es wissen wollt Hush Bull What the? Gegner? Endlich Es war nur ein Team Doch nicht So, Hapin Niemand tut das mal auf der Kunde Loser! So, ein Bogen ist da. Wir sehen uns im nächsten Mal. Tschüss! Bye!